Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung im Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich bin sehr erfreut, heute eine Sendung mit einer sehr speziellen Person wieder machen zu dürfen. Eine Person, die sich selbst schon von einer Querschnittslehlung heilen konnte, ein Buch über Reinkarnation geschrieben hat und sogar einen Film darüber gedreht hat. Ein Thema, das mich persönlich sehr interessiert. Und wenn auch Sie das interessiert, dann bleiben Sie da. Weiter geht es nach dem Intro mit Clemens Kubi. Hallihallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu der heutigen Sendung und sehr toll, dass du hierher gekommen bist. Und ich freue mich sehr, mit dir heute nochmals eine Sendung über die Reinkarnation machen zu dürfen. Ja, das ist ja auch ein großes Thema. Und so viel wird darüber in unserer Medienlandschaft eigentlich nicht geredet. Weil wir sind alle so materialistisch orientiert, dass wir eigentlich das Leben alle mehr oder weniger als singuläre Erscheinung betrachten. Das beginnt halt mit Erzeugung und endet mit dem Tod. Und was davor war und was danach kommt. Ja, manche denken, was kommt danach? Vielleicht das jüngste Gericht. Oh, denke ich. Oder die Himmel oder Hölle. Denke ich, auch schwierig. Was hast du noch für Vorstellungen? Ja, vielleicht, man hat mir erzählt, das Fegefeuer. Uh, jetzt wird es aber ganz schlimm. Ja, oder ich bin Moslem und jetzt kriege ich die 99 Jungfrauen. Aha, und was kriegen die Frauen? Oh, ja, das geht mich nichts an und so. Also, es gibt die unterschiedlichsten Vorstellungen. Jede Kultur hat so mystische Vorstellungen entwickelt. Was passiert eigentlich, wenn man diesen Körper verlässt? Aber bei uns haben so die meisten die Vorstellungen, da passiert gar nichts. Du bist einfach weg. Schwarzes Loch, fertig, aus. Sag ich, aha, und dafür lebst du? Dafür strengst du dich so an und verdienst Geld und machst Familie und dann ist es aus? Das lohnt sich doch gar nicht. Also, die Anstrengung, die du da machst, um dann vielleicht im Durchschnitt, weiß ich, 72 Jahre alt zu werden, das macht für mich keinen Sinn. Wir machen hier eine Sendung, sinnvolles Leben. Also, man müsste sich schon überlegen, was macht Sinn. Und du siehst ja, ein Leben ist so schnell vorbei. Das macht schuck. Und du hast, wie viele Ideen hast du realisiert? Ja, ich habe ein Eigenheim geschafft. Ich habe Kinder in die Welt gesetzt. Ich habe, da gibt es eine tolle Umfrage in den USA, bei 5000 Sterbenden. Was sie denn jetzt rückblickend von ihrem Leben so denken. Was war zu wenig, was war zu viel und so. Ja, ich habe zu wenig mich mit meiner Familie beschäftigt. Ah ja. Ich habe leider nie, ich habe die Natur nicht genügend Erfahrung gesammelt. Und kein einziger von allen Befragten hat gesagt, ich war zu kurz im Büro. Niemand. Also, das scheint wohl, und trotzdem haben die meisten ihr Leben im Büro verbracht oder am Arbeitsplatz. Und nachher, beim Tod sagt man, war eigentlich nicht schön. Also, war nur aus Existenzgründen. Und da sage ich, siehst du, also, so ein Leben will man doch nicht leben. Also, man muss doch eine andere Perspektive haben. Und wenn du aber nur das Leben singulär siehst, dann kannst du keine großen Ziele machen. Also, wenn du vielleicht schon in einer Familie geboren bist, die haben ein Geschäft oder die haben irgendwie Reichtum. Dann kannst du da vielleicht in dem Bereich ein bisschen noch was werden. Wenn du in einer Arbeiterfamilie bist, dann bist du halt auch Arbeiter. Und wenn deine Mutter eine Putzfrau war, ja, dann hast du dich jetzt auch schon weiterentwickelt. Aber man bleibt meistens so in seinem Milieu. Also, große Sprünge machen ganz wenige. So, vom Tellerwäscher zum Millionär oder so. Ganz selten. Und die meisten bleiben dann so. Also, denke ich mir, siehst du, und da verbringt man sein Leben. Was hättest du denn für eine Idee, wo du solltest, ja, ich würde gern Musiker werden. Ach, siehst du, und warum bist du es nicht geworden? Mein Vater hat gesagt, damit kann man kein Geld verdienen. Lernen was Anständiges und so weiter. Einen soliden Beruf. Das verstehe ich eben nicht. Ich stelle mir, ich meine, hätte ich jetzt ein singuläres Leben. Ich glaube, es ist zwar nicht ein singuläres Leben. Dann bin ich hier. Ich bin hier. Und nachher bin ich weg. Wenn ich Glück habe, erinnern, mag mich eh niemand mehr. Ich bin ja dann tot und alle anderen auch. Vielleicht steht mein Name irgendein Buch, aber man lest noch Bücher, oder? Und ich stelle mir dann immer die Frage so, wieso machen sie das ganze Spielchen eigentlich mit? Ich meine, du zwingst dich, etwas zu tun, um ein bisschen Geld zu haben, um dann irgendwann in vier Jahren dir Ferien leisten zu können. Urlaub, genau. Und ich verstehe das einfach nicht. Wieso tut man sich das an? Wieso zwängt man sich in solch ein Konstrukt, um etwas tun zu müssen, das man eigentlich gar nicht will? Weil, ich meine, es ist ja eigentlich, das nervt mich, ehrlich gesagt. Genau. Wenn ich einfach sehe, dass Menschen nicht das tun, was sie eigentlich möchten. Ich meine, was hast du schon zu verlieren? Ja, ein bisschen Hunger hast du vielleicht. Aber vielleicht hast du da Menschen, die dich auch unterstützen. Ich meine, wenn du deine innere Umgebung verlässt, dann kannst du ja eben das tun, was du willst. Das will ja so Sinn machen. Und ich verstehe das einfach nicht. Aber wenn dir halt gesagt wird, werde lieber Ingenieur statt Musiker, ja, dann wirst du halt Ingenieur. Weil diese Existenzangst kann man dir wunderbar beibringen, weil letztlich hast du Angst vor dem Tod. Weil nach dem Tod ist nichts mehr, nach deiner Idee. Da ist eh aus. Also kann man dich damit immer erpressen und immer sagen, du, pass auf, entweder landest du in der Gosse und da verhungerst du oder du, weiß ich. Also man kann dir immer mit einem abrupten Ende oder mit irgend sowas kann man dir drohen. Und dadurch denkst du, du musst die Nummer sicher machen und lernst irgendwie am besten Beamter. Dann bist du unkündbar und so weiter, da geht es dir gut. Aber meine Seele wäre eigentlich Musiker. Da sage ich, siehste, schau mal, wenn du weißt, dass du ein Continuum bist, dass du wieder ein nächstes und ein nächstes und ein nächstes, wir haben alle noch unendlich viel Leben vor uns. Dann sage ich, dann fang doch an, dir vorzustellen, du inkarnierst nächstes Mal, zumindest bei einer Familie, wo schon Klavier in der Wohnung steht. Das wäre schon mal eine Idee. Aber dann brauchst du nicht so lange. Und vielleicht hast du sogar Eltern, die selber Musiker sind. Du, dann geht es ganz schnell. Dann realisiert sich dein Wunsch. Aber das musst du projektieren. Du musst eine Absicht setzen. Und wenn du diese Absicht setzt, ja, jetzt traue ich mich, im nächsten Leben werde ich Musiker. Dann sage ich, siehste, da kannst du jetzt schon anfangen. Dann nimm jetzt Gitarrenunterricht und fang schon mal an, ein bisschen zu spielen. Weil diese Fähigkeit, die nimmst du mit ins nächste Leben. Weil das ist eine geistige Fähigkeit. Du musst nicht deine Gitarre im nächsten Leben haben. Dann kriegst du neue und so. Aber deine Inspiration, dass du Töne hörst, dass du gefallen hast an dieser musikalischen Frequenz, das ist ja eine geistige Fähigkeit. Die ist ja nicht Beine oder Arme oder so. Die ist ja, das ist ja, also das hat, wie soll ich sagen, das sind keine physikalischen Elemente. Es ist eigentlich die Freude der Seele. Ja. Oder? Willst du das damit sagen? Die Freude der Seele, die man eigentlich nachgehen sollte. Ja, manche haben ein Problem mit dem Wort Seele. Dann sage ich, wie nennst du das? Die sagen, mein Bauchgefühl. Sag ich, super. Dann nimm dein Bauchgefühl. Oder manche sagen auch, mein höheres Selbst. Sag ich, ist auch gut. Du, manche nennen das sogar Gott. Aha, du nennst das Gott. Ja, Gott ist ja auch geistig. Also bitte, da glaubst du ja auch an was Geistiges. Oder manche nennen das Qi. Oder manche nennen das Prana. Also jede Kultur hat dafür ja einen anderen Namen. Also ich habe zum Beispiel mit Indianern gefilmt. Die nennen das die Konkashilas. Sag ich, was ist denn das? Ja, das sind unsere Ahnen. Also unsere Herkunft. Und wer ist das? 403 Konkashilas haben wir. 403. Wie kommt das auf? Ja, als wir, das sagen sie immer, als wir nach Amerika kamen, da gab es 403 Lebewesen dort. Tiere, Tiersorten, Tierarten. Und das sind unsere Brüder und Schwestern. Und die, also die haben wir uns sozusagen das Nest bereitet. Und da gehen wir hin. Also du, es gibt unendlich viele Vorstellungen. Jede Kultur hat dazu ihre Ideen. Du brauchst aber deine persönliche Idee. Du musst für dich wissen, wohin geht dein Leben. Und das musst du heute projektieren. Jetzt, egal, und wenn du jetzt 18 bist, dann geh einen Weg, der mit deiner Seele übereinstimmt. Und nicht mit irgendwelchen, weiß ich, Ratschlägen, die eigentlich nur auf der materiellen Ebene gedenken. Wenn du das lebst, was deine Seele will, geht es dir gut? Bist du auch gesund? Also eigentlich ist das gerade wie ein Ratschlag gewesen. So geh in dich selbst und denke, was will deine Seele eigentlich? Eigentlich klingt jetzt so überdramatisch weit hergeholt, aber eigentlich einfach ist das wie das, was deine Seele eigentlich will. Und das, was dir dann auch Freude bereitet. Denn du bist hierher gekommen, um, kann man eigentlich sagen, ich komme daher in diesen Körper. Und ich amüsiere mich jetzt ein bisschen. Und da irgendwann ist dann fertig. Und dann gehe ich wieder und komme dann irgendwie wieder. Und mache dann da weiter, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Und es ist wie auch die Weiterentwicklung eben dieser Seele, die dann eben, indem sie das macht, was sie eben auch gerne möchte, um sich dann eben auch weiterzumachen. Und du kommst eigentlich nicht weiter, wenn du nicht das machst, was du eigentlich willst. Ja, schau mal, das Leben ist ein Experiment. Und nicht jedes Experiment glückt. Also, ich habe mal gehört, das Verhältnis von Reinkarnationsversuch und geglückter Reinkarnation ist nicht eins zu einer Million, ist eins zu einer Milliarde. Also, tausend Millionen Mal gelingte die Reinkarnation nicht. Und einmal ja, da hat mir zum Beispiel ein Förster erzählt, von einem großen Baum fallen Milliarden Samen herunter in der Zeit, in der dieser Baum lebt. Vielleicht 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre, Milliarden waren. Und da sagt er, nur ein einziger Samen wird wieder so ein großer Baum. Der andere Samen, der geht überhaupt nicht auf. Der zweite Rahmen, der wird nur so ein kleiner Busch, dann verkümmert er wieder und so weiter. Und so ist es beim Menschen auch. Du hast so viele Eier in deinem Eierstock. Daraus könnte jedes Mal ein Wesen werden. Aber schau mal, vielleicht in dem Leben einer Frau kommen vielleicht drei, vier Wesen raus. Früher vielleicht zehn, aber jetzt drei, vier. Der Mann hat so viel Sperma, da könnten hunderte von Kindern entstehen. Nein, vielleicht hat er bloß ein Kind, vielleicht hat er bloß zwei Kinder. Also, dieser Moment, wo du dann schwanger wirst oder wo das funktioniert, dass da eine Seele diese biologischen Bausteine benutzt, um eine neue Form zu kriegen, das ist was ganz Besonderes. Das gelingt nicht ständig. Du schläfst mit jemandem und sagst, ja, bin ich wieder nicht schwanger geworden. Also, es gibt zurzeit ganz viele Paare, die leiden darunter, dass sie nicht schwanger werden. Da gibt es inzwischen ganz viele Kliniken, die sich darum kümmern, um Fruchtbarkeit. Und bei mir kommen ja auch solche ins Seminar. Und dann sage ich, ja, wieso willst du ein Kind? Ja, ich bin ja eine Frau. Sag ich, ja. Ist das deine einzige Daseinsberechtigung, dass du ein Kind kriegst? Also, wenn du wirklich ein Kind haben willst, du, da laufen genug Kinder rum, die niemand haben. Also, das wäre kein Problem, wenn es dir nur darum geht. Nein, ich möchte ja mein eigenes Kind. Sag ich, da wirst du schwer tun. Weil du wirst, dein Kind darf nicht dein Eigentum werden. Das Kind gehört sich selber. Weil es hat schon ein Vorleben. Es entwickelt sich weiter. Du kannst höchstens den Service machen für so ein Kind. Und gucken, welche Fähigkeiten bringst du mit und die halt eben den Weg bereiten. Aus deiner Liebe für dieses Wesen gibst du ihm halt, wenn es, weiß ich, Judo lernen will, dann bereitest du Judo vor. Und wenn es Flöte spielen will, gibst du ihm halt eine Flöte und so. Also, du machst den Service. Mehr musst du nicht tun. Du musst nicht dein Kind erziehen, also irgendwo hinziehen. Sondern die Kinder bringen ja ihre Aufgabe mit. Du inkarnierst ja nicht aus Blödsinn. Sondern du musst eine enorme Absicht, damit von eins zu einer Milliarde dein Leben überhaupt entsteht, das Experiment. Da musst du einen starken Willen haben, eine starke Absicht haben, damit das gelingt. Und du siehst ja, manche Frauen, die haben ein Baby im Bauch, aber nach drei Monaten ist es weg oder Fehlgeburt. Oder manche kommen auf die Welt und sterben gleich wieder. Also, da gibt es so viele Unterschiede, warum einer Inkarnation dieses Leben da nicht passt. Und das kann man ja untersuchen. Also, ja, ich habe ja das Kind abgetrieben. Jetzt bin ich eine Mörderin. Sag ich, hast du schon mal mit der Seele geredet? Die da schon in deinem Bauch war? Nee. Sag ich, ja, red doch. Komm, setz dich hin. Nimm Zettel und Bleistift, gib der Seele Stimme und red mit ihr. Weil die Seele ist ja nicht tot, auch wenn du abgetrieben hast. Du hast ja nur die Form abgetrieben. Aber vielleicht hat es schon woanders inkarniert. Oder vielleicht kommt sie noch mal zu dir. Oder so. Erklär der Seele, warum die Umstände so waren, dass es halt keine gute Perspektive war. Dann wird die Seele auch sagen, du, kein Problem. Ich probiere es halt wieder woanders oder noch mal bei dir. Egal. Also, das Leben geht immer weiter. Es ist nie so, dass es ist. Und ich kann auch bei meinen Kindern sehen. Also, ich habe so das Gefühl, erst wenn ein Kind, sagen wir mal so, sieben, acht Jahre alt ist. Da ist es überhaupt erst in diesem neuen Leben richtig drin. Also, wenn du zum Beispiel kleine Kinder so mit einem Jahr anschaust, wenn die träumen, da geht ganz viel in ihrem Kopf, die Augen gehen. Also, es träumt richtig starke Sachen. Sagst du, wovon träumt du das? Das hat doch noch gar nichts erlebt. Das liegt da in dem Babykorb drin und mehr passiert ja nicht. Sag ich, da laufen riesige Filme ab. Und zwar aus dem Vorleben und Vorvorleben und so weiter. Also, die geistige Tätigkeit von so einem Neugeborenen ist genauso stark, wie die geistige Tätigkeit von irgendeinem erwachsenen Menschen. Das kannst du ja wahrnehmen. Oder die geistige Tätigkeit von einem Hund. Der ist ja voll geistig aktiv. Der guckt, der sieht, der weiß Bescheid, der spürt was, springt auf, träumt. Und seine Pfoten gehen so, also der rennt gerade irgendwo entlang. Also, geistig sind wir alle unterwegs und so weiter. Und darum geht es, dass du lernst, welche geistigen Prozesse laufen in mir ab. Und deswegen das Wichtigste, was du lernen musst, um gut zu reinkarnieren, Gedankenkontrolle. Weil deine Gedanken machen das Programm. Wenn ich depressiv bin, lande ich auch entsprechender Umgebung. Wenn ich glücklich bin, lande ich in einer glücklichen Umgebung. Und so weiter. Also, deine Gedanken machen das Programm. Also, musst du sehr genau überlegen, was denke ich denn schon gerade wieder? Ich denke schon wieder ganz negatives Zeug. Sag ich, stopp. Stopp, stopp, stopp. Da macht man es richtig. Cut, 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 cut. Weißt du? Oder, was auch eine gute Methode ist, um deine negativen Gedanken zu stoppen, atme. Den Atem hast du immer zur Verfügung. Bevor du wieder irgendeine Angst kriegst vor Krieg, vor Viren, vor deinem Nachbarn, vor dem Lehrer, vor deinem Chef. Egal. Bevor du wieder in so eine Stimmung kommst. Und stell dir vor, du saugst die Luft über die Fußsohlen ein. Und nur hier unten. Leg die Hand auf den Unterbauch, sodass der Daumen in deinem Bauchnabel liegt. Du weißt, wo du deinen Bauchnabel hast. Ja, hier. Und dann kannst du ja auch, wenn du da einen Gürtel hast, mach den mal auf. Und jetzt atme nur in die Hand. Und damit die Hand sich bewegt, die Schultern bleiben ruhig, die Brust bleibt ruhig, nur in den Unterbauch. Bis der Luftballon aufgeblasen ist und dann öffnest du oben das Ventil. Und das Ausatmen darf viel länger dauern als das Einatmen. Jetzt saugst du die Luft wieder da unten nach herein. Dann bist du nämlich schon unten. Und dann wieder. Und du merkst, deine Gedanken, die du vorher irgendein Wirrwarr hattest oder negativ, mit dem Ausatmen gehen die weg. Und dann kannst du wieder frisch anfangen und sagen, aha, gut, Wetter ist schön, dies ist gut, ich bin noch nicht verhungert, ich habe auch noch ein Dach über dem Kopf. Kannst du wieder dich neu aufbauen. Und bevor du in so einen Tunnel gerätst, atmen. Oder du sagst, katt, 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 oder so, weißt du? Oder zum Beispiel, was wir machen, wir arbeiten hier mit den Karten. Wir erschaffen uns ein Mantra. Was ist das? Und also eine Affirmation, also ein Slogan, ein Werbespruch. Und da gibt es dann zum Beispiel hier, gibt es die orangenen Karten. Das ist so eine App, die gibt es auch jetzt im Internet. Also bei Apple Store oder bei Google Play, kannst du so eine App, die heißt Kubi Mind Up. Und da kannst du jetzt zum Beispiel hergehen und dir überlegen, ja, ich brauche jetzt eine Affirmation, damit ich irgendwie auch in guten Gedanken komme. Und dann nimmst du hier die orangenen Karten dafür, da steht auch Affirmation. Und dann ziehst du irgendwie so irgendeine Karte und dann schaust du, was da steht. Ich lobe dankend die Allmacht und meine geistigen Helfer. Aha. Sagst du, was soll ich damit anfangen? Kannst du hier nachlesen. Nummer 59 zum Beispiel. Da steht, also nochmal, ich lobe dankend die Allmacht und meine geistigen Helfer. Ich gedenke lobend und preisend meiner geistigen Helfer, meiner Ahnen und lieben Verstorbenen für ihre Präsenz. Weil die sind ja nur körperlich gestorben, nicht geistig, also sind sie präsent. Und ich danke für ihre hilfreichen Worte und für das, was sie sonst noch alles für mich tun, ohne dass ich mir dies immer bewusst werde. Meinem Glaubenssystem entsprechen der Idee, meinem Glaubenssystem entsprechen die Lobe und preise ich meinen Gott. Weil jeder hat vielleicht einen anderen Gott. Der eine hat Allah, der andere hat Buddha, der dritte hat eben irgendwas. Also es gibt ja in jeder Kultur einen anderen Begriff für diese geistige Kraft. Man kann nicht sagen, du darfst nur an unseren christlichen Gott glauben. Das wäre ja schon wieder eine Vergewaltigung. Oder also Gott, Allah, mein Buddha, die Buddha-Natur oder die Konkashilas und so weiter. Oder wie auch immer ich die mir innewohnende Allmacht bezeichne. Also jeder hat in sich diese Allmacht. Also du bist immer verbunden mit dem ganzen Universum, aber nicht über deine Ratio, sondern über deine Intuition. In deiner Intuition kommst du an diese Weisheit heran. Und der musst du Sprache geben. Der musst du den Stift in die Hand drücken und dein Arm leihen. Und lass sie schreiben. Mach das immer alles schriftlich. Und dann wirst du sehen, boah, was da steht, das ist ja toll. Das ist ja was ganz anderes, als ich gedacht habe. Siehst du? Und jetzt hast du den besten Ratgeber in deinem ganzen Universum. Und danach richtest du dich. Weil jeder Mensch hat diese Anbindung an die Weisheit des Universums. Also eigentlich der innere Reiseführer, der sich nur nach seinem Willen richtet. Und läuft es mal nicht so oder man weiß eben nicht mehr, wie weiter ist es eben. Man sollte tief einatmen und zur Ruhe kommen und eben auf sich selbst hören. Und was es eben seid. Was es sagt, um weiterzugehen. Manche hören auch ihre Seele, die sagt, stopp, mach das nicht und man macht es trotzdem. Und dann, boom. Also ich habe schon das dumme Gefühl gehabt, ich fahre heute nicht dahin. Und dann bist du doch hingefahren und sagst, siehst du? Das heißt, du hörst deine Seele, du hörst aber nicht auf sie. Und das ist gefährlich. Du hast in dir den Kompass und den musst du aktivieren. Und mit dem musst du täglich arbeiten. Bauchgefühl. Ja. Ja. Gut. Ja. Aber was ich dir auch noch so stellen wollte, eben auch mit dieser Geburt und das Kind, mit dem du reden kannst, wie ziehen denn gewisse Seelen andere Seelen an? Oder ist es einfach ein Zufall so, ich werde jetzt einfach, also ich werde einfach irgendwie zugeteilt. Nee, da müsste es ja jemand geben, der dich zuteilt. Da müsste er sagen, lieber Gott, warum hast du mir diese Mutter geschickt? Also da müsste es ja mit Gott reden, warum er das sich ausgedacht hat. Also werden dann sozusagen gewisse Seelen von anderen Seelen angezogen? Oder ziehe ich in meinem Leben diese an? Nein, das ist deine Entscheidung. Du hast dir deine Eltern ausgesucht, nicht die Eltern dich. Die Eltern haben vielleicht gesagt, ja, wir wollen ein Kind. Aber sie haben nicht gesagt, wir wollen dich. Du hast gedacht, ja, die sind bereit, ein Kind zu kriegen. Also das ist eine tolle Gelegenheit. Einen von den beiden kenne ich vielleicht sogar. Wusch, gehe ich da rein. Und deswegen gibt es immer Papa-Kinder oder Mama-Kinder. Kann ich dir noch sagen, ich will dich. Kann man als Mutter sagen, ja, ich will diese Persönlichkeit, diese Seelen. Wenn ich zum Beispiel diese Fruchtbarkeitsberatung oder Begleitung mache, dann geht es darum, wenn du schwanger werden willst oder das Pärchen möchte ein Kind haben, dann sage ich, rede mal mit der Seele, wer überhaupt bei dir inkarnieren möchte. Wer schwebt denn da und wartet darauf, dass ihr hier so einen Liebesakt habt und kommt dann. Also gib diesem Wesen Stimme und frag, warum es bis jetzt noch nicht gekommen ist. Da gibt es Gründe. Und wenn diese Gründe bereinigt sind, dann bist du schwanger. Und das geht manchmal, zack. Das ist erstaunlich, wie schnell das geht. Boah. Denkst du, es gibt so etwas wie eine Art Soul Meet, also Seelenverwandten, Seelen, die miteinander verbunden sind oder sich in einem Leben gern immer wieder treffen? Ja. Ganz sicher. Also viele haben ja dieses Erlebnis, ich treffe den, liebe auf den ersten Blick. Boah, den kenne ich. Obwohl du kennst ihn vielleicht erst zehn Minuten. Aber du hast das Ding. Das ist mir so vertraut. Sag ich, siehste, ihr kennt euch tatsächlich. Aber ihr habt jetzt eine neue Form. Deswegen erkennst du den nicht, weil er jetzt plötzlich, weiß ich, andere Haarfarbe hat und anders ausschaut und andere Klamotten anhat und so weiter. Aber wenn du nicht auf der äußeren materiellen Ebene hängen bleiben würdest, dann würdest du in der Nacht schon träumen, wer das ist. Du würdest sagen, jetzt sehe ich Bilder von dem und so weiter. Ja, wir waren ja schon mal zusammen. Da war es ja mein Papa oder ich war sein Dings und das. Also jede Beziehung hat ja ihre Ordnung. Und du sagst, ach, ist das irre. Ja, das muss ich ihm morgen erzählen. Und dann sagt er, naja, du spinnst. Aber nein, ich spinne nicht. Wir kennen uns. Und dann so manchmal, also vor allen Dingen Männer tun sich da schwer, so ihren Materialismus zu überwinden. Frauen sind da schneller beide dann, weil Frauen haben mehr Kontakt zu ihrer Seele. Also sie sind intuitiver, weil sie nämlich nicht so wie Männer erzogen werden, die immer alles so rational entscheiden müssen. Also eine Frau kann eher mal sagen, du Schatz, ich habe da so ein Bauchgefühl. Das sollte man nicht machen. Und dann sagst du als Mann, ach, du hast da so ein Bauchgefühl. Naja, wenn du meinst, das ist nicht gut, dann lass mal das. Und wenn du als Mann sagst, du Schatz, ich habe da so ein Bauchgefühl. Weißt du, was du dann für eine Frage kriegst? Kannst du das begründen? Ja. Und dann bist du schon wieder in der Ratio. Und dann musst du als Mann dich bemühen, immer eine gute Begründung zu liefern. Und dadurch kommst du nicht in deine Intuition. Da fängst du an, irgendwas so Sachliches so zusammenzubasteln als Begründung. Egal wie. Aber du versuchst halt, du bleibst nicht bei deinem Gefühl. Sondern du spulst Sachen ab, die du vielleicht irgendwo gelernt hast. Und das bringt dich nicht weiter. Und deswegen habe ich auch, ich würde sagen, 75 Prozent weibliche Seminarteilnehmer. Und nur 25 Männer. Einmal hatte ich ein Seminar, da war ein Mann mehr als Frauen drin. Das ist aber sehr selten. Weil bevor sich Männer zu ihrer Seele bekennen, müssen sie schon irgendwie über ihren Schatten gesprungen sein. Eine Frau kann sagen, du, das ist mir ganz klar. Natürlich habe ich eine Seele. Und meine Katze auch. Und dies auch. Und so. Also, weil sie nicht so wie der Mann in so Sachzwänge hineingedrückt werden. Und da weine ich, da sollte der Mann sich noch ein bisschen entwickeln. Der sollte auch langsam verstehen, dass er auch ein geistiges, seelisches Wesen ist. Und mehr auf sein Gefühl achten und so. Weil, stell dir mal vor, man konnte eigentlich bisher immer nur Männer in den Krieg schicken. Weil Männer sind dann abgespalten von ihrer Seele und deswegen können sie töten. Ja. Aber eine Frau zum Töten zu überreden, ist schwieriger als ein Mann. Weil eine Frau, die sieht dann, ich kann doch das Kind nicht ermorden. Ich kann doch nicht andere Leute ermorden. Also, deswegen hat man Frauen nicht gerne als Soldaten gewollt. Weil dann denkt man, mit denen kann man keinen Kampf gewinnen. Die sind nicht so. Und das hat dieses Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern produziert. Und das müssen wir ändern. Ja. Also, der Mann sollte von der Frau lernen. Und natürlich ist die Ratio super. Ich bin nicht gegen die Ratio. Aber wie Einstein schon sagt, die Ratio muss der Intuition dienen. Also, du hast eine Vision und die Vision kommt ja aus deiner Intuition. Also, aus deinem Gefühl auch heraus. Und jetzt brauchst du natürlich die Ratio, damit deine Vision sich realisiert. Ja. Also, da brauchst du ja richtig, musst organisieren können und dies und das. Da ist die Ratio super. Aber wenn die Ratio sich aufspielt als die Allwissende und unterdrückt die Intuition. Ja, Intuition ist schon gut. Ist so Privatsache. Ja, aber weißt du, wir machen das nach Plan. Und so, wir gehen da so, das weiß ich das. Und so. Weißt du, da sagst du, nein. Nein, du musst die Hierarchie des Seins umdrehen. Oben steht die Intuition und die Ratio dient. Aber momentan denken wir, die Wahrheit ist bei der Wissenschaft. Ja. Und die Wissenschaft ist ja stolz auf die Ratio. Also, die Wissenschaft sagt immer, bei uns geht alles logisch korrekt vor sich. Aber wir sehen ja, was da für ein Blödsinn bei rauskommt. Aber, weißt du, das kommt halt aus dieser männlichen Vorstellung. Wir haben die Sache im Griff. Also, wir können bestimmen, sozusagen aus unserem Wissen heraus, wie die Dinge laufen sollen. Und wie laufen sie? Wir haben Krieg. Wir haben Katastrophen. Also, es funktioniert ja nicht. Also, könnte man ja sagen, Leute, ihr Männer, dankt mal ab. Aber wir haben natürlich inzwischen Frauen, die sind noch härter wie Männer. Also, ich nenne das so Krawattenfrauen. Ja. Ja. Also, damit die Karriere machen können, die müssen ja die Männer noch links überholen. Die müssen ja noch mehr in dem Pfarrwasser laufen. Und also, richtig so eine Seelenkultur haben wir noch gar nicht. Und es ist toll, wenn du dich dafür einsetzt, mit deiner Sendung, wie wir jetzt gerade gemacht haben. Ja. Dann geht das auch weiter. Und ich hoffe wirklich, dass durch dieses Dramatik, die jetzt läuft, mit Krieg und mit Covid und so weiter, also, dass dadurch schon viele aufwachen und merken, mit dem Konzept werden wir nicht glücklich. Das geht nicht. Also, müssen wir jetzt wirklich darauf besinnen, was will eigentlich unsere Seele? Ja. Krieg mit Russland? Sagen wir mal, seid ihr bescheuert? Das ist unser Nachbar. Ja. Du kannst doch nicht mit deinem Nachbar Krieg machen. Dann wirst du selber nicht glücklich. Und so weiter. Also, du musst da wirklich mal runterfahren und sagen, oh, oh, okay. Verstehst du, jeder, du kannst nicht hergehen und sagen, du musst nach meiner Fasson. Du kannst nicht in den Irak einmarschieren und sagen, ihr müsst unsere Demokratie übernehmen. Die sagen, eure Demokratie, die ist ja auch korrupt, wollen wir gar nicht. Und dann erschießt du sie, weil du glaubst, du hast die höhere Wahrheit. Das geht nicht. Also, eigentlich einfach endlich still überlegen, was zieht mich an, wo will ich hin? Und deine Entscheidung fällt, so wie es dein Bauch dir eigentlich sagt. Schöne Schlusswort. Ja, danke dir. Ich finde, du hast wirklich das sehr schön erklärt und ich konnte viel von dieser Sendung mitnehmen. Ja, ich hoffe mal, dass es irgendwie so geht. Ja, wir reden hier natürlich so querfeldein. Aber man kann das auch alles systematisch genau lernen. Man kann bei mir ein Seminar machen, man kann ein Buch lesen, man kann einen Film anschauen. Auf der Webseite clemenscubi.com gibt es so viele Möglichkeiten, um sein Bewusstsein in diese Richtung weiterzuentwickeln. Nimm einfach das, was dir deine Seele sagt, aus dem Bauchgefühl und entwickle dich weiter. Alles Gute. Ich danke dir vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch so viel wie ich aus dieser Sendung mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Adi Vitenand. Adi Vitenand. Untertitelung des ZDF, 2020